Ich bin Faziel und ich werde in Zukunft ein paar Let's Plays machen über Let's Spiele. Ich habe mir überlegt, ich werde 3 ins Netz stellen und ihr sucht dann aus, welche Spiele wir anfangen. Das ist das erste Spiel, was ich euch vorstelle von Blade Runner. Und das zweite Spiel wird dann Vampires in Maskerad sein. Und zwar nicht Bloodlines, sondern der erste Teil davon. Dennoch, wie ich finde, ein besseres Rollenspiel von den beiden Versionen ist. Und das dritte Spiel wird sein Omicron Sonoma Zool von Quantic Dream. Eigentlich kennt ihr das wahrscheinlich. Wir kennen Quantic Dream wahrscheinlich von Farnheit oder was kam jetzt zum Schluss von Playstation raus. So, was ist der Unterschied zwischen diesen 3 Spielen? Und das ist ein Rheinlustrum. Ich wollte Klick-Inventure im Grunde an. Es gibt sogar ein Ziel, wo man mal sterben kann. Dann Papier, irgendwas egal. Das ist ein Rheinlustrum. Ich habe einen Rumpen von Sol. Was ist das? Das ist ein Adventure-Wall-Spiel wie ein Up-Shooter. Das hört sich um und an. Ist aber so. Jetzt werde ich mal 5 Minuten mit dem Maul halten. Ich gehe dann jetzt. Lucy, meine Süße. Ich habe den Tigerkäfig gereinigt und die Futterbehälter vorbereitet. Also, wenn es Ihnen recht ist, ich bin dran, das Abendessen zu machen. Äh, hast du da nicht eine Kleinigkeit vergessen, meine Hübsche? Nur eine winzige Kleinigkeit? Mr. Rumsalter, bitte. Es war wirklich ein sehr anstrengender Tag für mich. Ich will aber nicht, Sir. Aber Lucy, Kind. Ich dachte, wir hätten das alles letzte Woche schon geregelt. Wir wollen doch nicht vergessen, wer von uns beiden dein Gehalt zahlt. Es ist geschlossen. Kommen Sie morgen wieder. Warte! Ich bin noch nicht fertig mit dir. Ich sagte Ihnen doch, wir haben geschlossen. Wir wollen hier nichts kaufen, kleiner Mann. Wir wollen verkaufen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie etwas haben, das für mich von Bedeutung sein könnte. Was Sie hier finden, sind ausschließlich äußerst seltene Tiere von allerhöchster Qualität. Na, was für ein Zufall. Qualität habe ich auch. Das ist der Preis für Dämonverstärkung. Oh, bitte, bitte, nicht. Und wofür könnten wir Sie heute noch begeistern? Sir, vielleicht für ein bisschen Tugend. Nein. Tun Sie meinen Tieren nichts, bitte. Ich flehe sie an. Aber wie steht's denn mit der Ehre, kleiner Mann? Welchen Preis hat die Ehre? Oh mein Gott, nein! Dieser Tiger ist das seltenste Exemplar, das ich besin... Tiger, Tiger, burning bright. In the forest of the night. BR 61661, melden Sie sich im Polizeipräsidium. Code 3, wiederhole, Code 3. Meine 12-Stunden-Streife ging gerade zu Ende, als ich die Meldung bekam. Eine willkommene Abwechslung, denn das Aufregendste, was ich in dieser Nacht gesehen hatte, war eine schizoide Roma, die in ihrer Unterwäsche Tänze aufgeführt hatte. Die R 61661, melden Sie sich im Polizeipräsidium. Code 3, wiederhole, Code 3. Code 3 hatte ich nicht mehr bekommen, seit irgendeine Nutte Brians Schreibtisch vollgekotzt hatte. Und ich die Säuberungsaktion leiten durfte. In den anderthalb Jahren bei der Polizei war das immer noch mein dreckigster Job. Wo ist Captain Bryant? Ist heute krank, hat sich einen heftigen Fall von Leichenvergiftung zugezogen. Er hat mich persönlich gebeten, die Abteilung während seiner Abwesenheit zu übernehmen. Gusser war einer der alten Hasen, der auch die harten Sachen in den Straßen gesehen hatte. Er wirkte ganz umgänglich. Aber wenn man kein Freund von ihm war, musste man sich besser vorsehen. Ich hoffe, Sie haben die freie Zeit genossen, mein Kleiner. Denn jetzt kann's wirklich unangenehm werden. Kann's kaum erwarten. Freuen Sie sich bloß nicht zu früh. Die anderen Blade Runner sind voll beschäftigt. Holden saugt sein Essen durch den Strohhalm. Gav ist an der Tyrell-Sache und Steel arbeitet verdeckt an einem Sonderauftrag. Leider sind Sie der Einzige, der den Job übernehmen kann. Sie verstehen es wirklich einzumotivieren, Sir. Tiermord, drüben bei Run Sighter. Wahrscheinlich war es nur ein Verrückter, aber Sie haben uns gerufen. Der alte Run Sighter hat ungefähr eine Milliarde an Chinien verloren. Verstehe, das ist eigentlich gar kein Job für unsere Abteilung. Haben Sie vielleicht was Besseres vor? Vielleicht wollen Sie ja Ihr Französisch aufbessern. Machst du heute Abend Blau, Cowboy? Ich dachte, du hast einen Sonderauftrag. War nichts Besonderes, nachdem ich die Wichser weggeblasen hatte. Was ist passiert? Ein paar Rebs haben sich bei Kaiser als Fibroplast-Arbeiter ausgegeben. Ich habe mich als Krankenschwester verkleidet. Sie hatten keine Chance. Kann ich mir vorstellen. Hast du den Test gemacht? Ach, Quatsch. Ich fühle da diese Intuition in meinem Bauch. Und die hat sich noch nie getäuscht. Wenn du die entwickelst, hast du eine glänzende Karriere vor dir. Okay, ich arbeite dran. Welchen Auftrag hat dir Gursa gegeben? Tiermord bei Run Sighters. Was? Tiermord? Ach, diese verdammten Hautjobs haben vor nichts, was wirklich lebt und atmet Respekt. Und diesen verfluchten Elden Tyrell sollte man in einen Leichensack stecken und ein für alle Mal zum Mond schießen. Naja, ohne ihn hätten wir keinen Job. Ich würde sagen, wir könnten einen bezahlten außerplanetarischen Urlaub gut gebrauchen. Du kannst jetzt aufhören, mir auf den Arsch zu glotzen. Sag mal, hast du etwa Augen am Hinterkopf? Du brauchst nur zu fragen, Cowboy. Der Handel mit Tieren war ein sehr einträgliches und angesehenes Geschäft, seitdem die meisten echten Tiere nach dem dritten Weltkrieg ausgestorben waren. Obwohl es viele Elektrische mit Akku gab, kaufte sich niemand, der was auf sich hielt, so eine Fälschung. Oh, ich glaube, ich werde mal noch den Ton etwas leiser machen. Moment mal, Ray McCoy Bingo! Gefällt Ihnen meine Aktentasche? Ach, hier können wir übrigens noch auswählen für die automatische Gesprächsführung. Ich sage, wir nehmen einfach manuell. Die besten und da ist einfach das Cut. So, gut. So, zurück zu Kia. Hier drin werden wir in Zukunft Hinweise finden. In den ganzen Mordfällen. Hier wird nachher die Mappe sein, äh, die Map sein. Mappe, auch nicht schlecht, ja? Mal gucken. So, wie gesagt, ganz einfach. Und ein Klick. Grün, da ist was. Was gefunden? Ein Chromteil. Von einem Auto? Also mit Sicherheit nicht von einem Pferd. Eintüten und Kennzeichnen. Schon was rausgekriegt? Knapp 30 Fälle von Tiermord und ein Fall von schwerer Körperverletzung. Der Laden wurde demoliert. Da war dieses hilflose Tiger-Baby. Es ist eine gottverdammte Tragödie. Wie geht's dem alten Runsider? Er hat einen Schock. Er jammert ständig, dass seine Welt zusammengebrochen wäre. Würde dir genauso gehen, wenn's deine Tiere gewesen wären. Wie viele Täter waren es? Mindestens zwei. Überall sind blutige Fußspuren. Muss ja ein schöner Anblick sein. Ja, so Grundstimmen, wie man hört, sehr gut gemacht. Nach den Fußspuren zu urteilen, müssen es zwei sehr große Männer gewesen sein. Der eine zog den rechten Fuß nach. Ein Indiz, dass er entweder verletzt oder behindert war. Der andere schien viel beweglicher zu sein. Geschmeidig. Ein ziemlich ungleiches Paar. So, wir werden jetzt den Hommel untersuchen und danach werde ich einen Break machen und euch dann natürlich das nächste Spiel noch vorstellen. Und wollen wir als erstes... Eine Überwachungskamera. Es wäre ein Wunder, wenn sie was aufgezeichnet hätte, bevor sie zerschossen wurde. Natürlich. Was für ein... Mein Liebling. Er war mein Baby. Na komm schon. McCoy, LPD. Wie? Ich bin absolut sicher, dass Lucy Devlin etwas mit dieser verabscheuungswürdigen Tat zu tun hat. Sie ist dieses junge Mädchen, das für mich arbeitet. Was denn? Sie hat dieses Gemetzel angerichtet? Nein, natürlich nicht. Das waren zwei Männer. Die haben das aber offenkundig mit ihr verabredet. Offenkundig? Wie sahen sie aus? Groß und unheimlich. Und absolut bösartig. So. So. Nochmal ansprechen. Und jetzt haben wir den Aus natürlich. Auswahlmöglichkeit. Ist klar, Ende. Über Lucy Fragen, was er gesagt hat, oder über die Motive... Haben Sie irgendeine Idee, was die gesucht haben könnten? Zuerst wollten sie Geld, aber ich habe hier keine großen Summen im Laden. Dann dachte ich, dass sie meine Tiere stehlen wollten, aber sie haben angefangen, sie hinzurichten. Waren es vielleicht Replikanten? Wer sonst wäre wohl zu einer so barbarischen Tat fähig? Mein Liebling, er war mein Baby. Haben Sie je irgendwelche Geschäfte mit Herstellern von Replikanten gemacht? Mit der Tyrell Corporation? Ich weise diese Anschuldigung entschieden zurück. War ja nur eine Frage. Officer, im Mai habe ich persönlich Governor Colvick ein exquisites Pergeron-Fohlen verkauft. Ich war bei drei verschiedenen Anlässen Gast in seinem Hause. Sehe ich etwas so aus, als ob ich es nötig hätte, falsche Produkte zu verkaufen? Erzählen Sie mir mehr von dieser Lucy. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Sie arbeitet erst seit etwa einem Monat für mich. Sie ist ungefähr 14 Jahre alt, hat rosa-rote Haare. Ein sehr attraktives, junges Ding. Wie haben Sie sie kennengelernt? Sie kam mit einem Empfehlungsschreiben von Oglevis aus der Nordwestzone zu mir. Er ist ein sehr angesehener Großhändler. Haben Sie sie gut behandelt? So gut, wie jede junge Schlampe behandelt werden sollte. Hatte sie einen Schreibtisch oder irgendeinen Arbeitsplatz? Da drüben hat sie gesessen. Wenn wir uns das nochmal angucken. Doppelklick, bisschen schneller, genau. Ach, schick. Was ist das? Hm. Ein Spielzeughund. Ist klar. Na, ist das nicht süß? Was ist das hier? Ein Schokoriegel. Bäh. Lecker. Und da unten ist auch noch was. Aoi Lee's in Chinatown. Ich hatte auch schon mal da gegessen. Jetzt nix weiter. Nach oben was. Anscheinend nicht. Irgendwo. Mein Liebling. Er war mein Baby. Haben Sie die Aufzeichnungsdisk von dieser Überwachungskamera? Es spielt keine Rolle. Diese Mörder haben auch die Kamera zerschossen. Sie war tausende von Chinien wert. Vielleicht wurden sie aufgezeichnet, bevor sie zerstört wurde. Ah, da ist vielleicht was dran. Ich glaube, das ist die Disc von heute Nacht. Fantastisch. Ja, die können wir später analysieren. Sehen Sie doch mal nach, ob Sie noch das Empfehlungsschein von Ocklevis haben. Ja, es ist irgendwo hier. Einen Moment. Hier, bitte sehr. So. An dieser Stelle machen wir einen Break, um die anderen Beispiele noch vorzustellen. Wie gesagt, ihr entscheidet letztendlich, mit welchem Spiel wir anfangen. Ich bin ruiniert. Völlig ruiniert. Völlig ruiniert. Alles verloren. Ja. Und da sind wir wieder. Jetzt zu Vampir die Maskerade. Und das ist das zweite Spiel, was ich euch vorstellen möchte. Wie gesagt, ihr entscheidet, was am Ende dann im letzten Spiel wird. Let's Play als erstes auftaucht. Es ist eine Welt der Dunkelheit. Der Sünde Keins entsprang das vermaledeite Grauen, das die Nacht auf der Suche nach dem Blut der Lebenden durchstreift. Seit ewigen Zeiten beeinflussen die Keinskinder insgeheim die menschliche Geschichte und schmieden Ränke gegeneinander in ihrem nie endenden Dschihad. Ihre unsterbliche Nachkommenschaft war bald bis zum heutigen Tag in unserer Mitte, verborgen vor den Augen der Schablichen durch eine kunstvolle Maskerade. Ja, und da sind wir schon. Kurz den Sound noch ein bisschen runter regeln. So, ich hoffe, dass ihr mich jetzt besser hört. Ja, sieht man, das Spiel ist schon etwas älter. Durft man noch schön vorher alles auswählen. Kreativlabs ist klar. Direkt Sound 3D hart, besser baut. Mein Gott, ist das lang her, hä? Der Sieg ist doch ganz schön hart. So. Fertig. So. Ich werde jetzt noch mal ein paar Minuten meine Klappe halten. Intro. Und dann bis gleich. Mein Name ist Christoph Bommot. Ich bin ein Mann Gottes und ein Kämpfer des wahren Glaubens. Christoph, Vorsicht! Hinter euch! Tschau, guck mal. Mutter Maria. Bin ich Schwester Ameska. Wo bin ich? In Prag. Im Konvent der Tempelritter. Still jetzt. Ihr seid schwer verwundet und müsst ruhen. Ich muss zurück zu... Mein Herr, haltet ein! Ich bitte euch! Euer tapferer Hauptmann hinterließ einen Brief, bevor die Waffenbrüder ihren Kreuzzug fortsetzten. Lasst euch danken für diese Nachricht. Und für eure Fürsorge. Ach, gewiss habt ihr mich den Klauen des Todes entrissen. Es war der Herr, der euer Leben rettete. Wir Schwestern pflegten euch lediglich in Demut. Schwester Ameska ist zu Bescheid. Sie pflegte euren zerschundene Leib Tag und Nacht, auch als die anderen die Hoffnung längst aufgegeben hatten. Sie war es, die euch das Leben bewahrte. Ich bin Erzbischof Geser. Ihr habt der Christenheit einen beachtlichen Dienst erwiesen, mein Sohn. Ich werde Gott im Nachtgebet für die Gnade eures Lebens danken, auf das ihr auch fürderhin Sünde ins Fegefeuer sendet. Ich versichere euch meine tiefe Dankbarkeit. Ich stehe in eurer Schuld. Der rosige Anblick eurer Wangen ist mir nun genug. Jo, und da sind wir schon wieder. Jetzt haben wir gleich den ersten Kampf. Wir siegen Füße da auch. Gut. Klassisches Rollenspiel. Alles wird mit der Maus gesteuert. Nichts Schwieriges. Hier, Inventar. Charakterbogen. Hier stehen unsere Aufträge nachher drin. Und hier werden wir die Disziplinen später drin haben. Und hier ist die sogenannte Map. Grün sind wir. Später kommen noch rote. Ja, genau so. Rote zeichnen dazu, dass wir sehen, wo wir lang gehen können bzw. wo wir hin können. Mal ganz kurz noch den Brief durchlesen. Mein getreuer Christoph, eurer Tapferkeit verdanken wir den Triumph in der Schlacht in den märischen Hügeln. Eure Schwertbrüder zerschlugen die heidnischen Barbaren und verfolgen die zerstreuten Horden bis ins östliche Ungarn. Sobald die restlichen Heiden dem Erdboden gleichgemacht sind, kehrt unsere Garnison zurück nach Prag, wo ihr wieder zu uns stoßen könnt. Bis dahin möge euch die fürsorgliche Pflege der heiligen Schwestern zur Genesung verhelfen, falls es Gottes Wille ist, dass ihr diese Verwundung übersteht. Eure Waffenbrüder beten für eure baldige Genesung. Können sie es doch nicht zulassen, dass ihr in dieser luxuriösen Dekadenz heranreift und verrottet, während sie selbst sich opfern. Vielleicht könnt ihr euren Schwertarm dem treuen Erzbischof Gesau unterstellen, bis die Zeit gekommen ist, zu der wir zurückkehren, um euch aufzunehmen. Möge das Wort Gottes mit euch sein, Sir Cuthbert. Gut, danke Sir Cuthbert. So, mal gucken, was da los ist. Ganz easy. Anklicken, Schlag, anklicken, Schlag. Weg ist er. Zack, weg ist er. Christoph, eure Wunde. Es ist nichts, nur ein Kratzer. Die mächtigen Mauern Prags hielten dereinst alle Dämonen in Schach. Doch die Slachter haben eine Silbermine im Osten eingenommen. Mit einem Bollwerk so nahe der Stadt erdreisten sie sich nächtens, die Straßen zu durchstreifen, um zu töten oder gar Schlimmeres. Viele wurden lebendigen Leibes aus ihren Häusern geschleift. Ihr Schicksal ist unaussprechlich. Ich werde nicht zulassen, dass sie euch holen. Oh, Herr. So, Multiple Choice. Wir können uns aussuchen, was wir nehmen. Morgen werde ich mich in die Silbermine begeben und das Ungeziefer aus seinen Löchern treiben. Oder leider bin ich nicht voll bei Kräften, sonst würde ich alle töten. Vielleicht sollte ich mich in ein oder zwei Monaten auf zur Mine machen. Nein, mein Herr. Vielleicht in einem Jahr. Oder später. Oder... Hint fort mit euch, Aneska. Ihr habt schon genug der kostbaren Zeit Christophs mit eurem Eitlen geschnattert vergeudet. Christoph, dieser Angriff auf den Konvent darf nicht ungesünd bleiben. Ich erteile euch den Auftrag, bei Tagesanbruch in die verteufelte Silbermine hinabzusteigen und alle darin zur Hölle zu schicken. Ich weihe mich ganz der heiligen Sache. Das morgens breche ich auf. Ja, super. So. Hier, nochmal Auftragstapel, wie ich vorhin sagte. Jetzt steht einer drin. Befreie die Silberminen. Verlassen sie Prag durch das Osttor und betreten sie die Silberminen. Bekämpfen sie die Monstren, die darin hausen. Werden wir natürlich tun müssen. Ah, nur noch eine Kiste, da wird nichts drin sein. Gut. So. Noch irgendwas hier drin? Oh Herr, ich bete für euer Heil auf dieser so gefahrvollen Reise. Jo. Gut. Raus. Das helle Licht des Tages straft das Grauen, das nächtens umgeht Lügen. Wie kann es angehen, dass die Bürger Prags ihr Tagewerk verrichten, wo dem Land solch Unheil droht? Gut. Du musst da hier in der Axt rum sein. Ach, diesmal nicht. Vorhin war da in der Axt rum. Gar nix. Alles klar. Okay. St. Thomas Kathedrale. Na gut. An der Stelle machen wir einen Break. Ich zeige euch immer noch nicht. Noch die Karte. Hier sind wir. Hier müssen wir hin zum Osttor. Und wenn ihr wissen wollt, wie es da weiter geht, dann entscheiden wir euch für dieses Spiel. D Kill Officielle Drink Quetta Cola. Der Energischend drink mit Radioactive Quanta Extract. Quetta Cola. The drink for today is you! Be cool! Be good! Drink quite a moment! No, you don't! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Na, das werden wir doch tun Ich wusste, ich kann auf Sie zählen Also, konzentrieren Sie sich Das war's Jetzt kontrolliert Ihre Seele meinen Körper Dies ist das letzte Mal, dass wir miteinander reden können Sobald Sie das Tor durchschritten haben Sind Sie allein Ich übernehme meinen Körper wieder, sobald Sie das Spiel verlassen Und trete an Ihre Stelle, bis Sie zurückkehren Okay, ich verstehe Das wär's Sie sind bereit Nicht vergessen Sobald Sie auf der anderen Seite sind, sind Sie allein Sie können nicht speichern Kein Zurück bei Problemen Sie betreten eine reale Welt Wenn Sie Fehler machen Tragen Sie die Konsequenzen Also, hören Sie gut zu Beginnen Sie die Untersuchung In meinem Apartment Für mich reicht die Zeit nicht Sie müssen jetzt herüberkommen, bevor das Tor sich schließt Ach, eins noch Passen Sie gut auf meinen Körper auf Es ist der einzige, den ich habe Echt Und da sind wir What the fuck Ich habe schon auf dich gewartet Ei, 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 ei Sie sind das Opfer eines brutalen Angriffs geworden Gehen Sie nach Hause, essen und trinken Sie etwas Wenn Sie gängstige Störungen bemerken Konsultieren Sie einen Psychologen Die Omikron-Polizei dankt Ihnen für Ihre Kooperation Was zum Teufel war das denn? Der Roboter muss es erschreckt haben Ne, ist klar Also, läuft unter Windows Vista Es gibt beim Spiel Höchstwahrscheinlich ein, zwei Probleme Das wird sich noch herausstellen Ähm, und zwar Einmal im Menü Den sogenannten Sneak Da wird es ab und zu mal Ja, so wie jetzt Bisschen ruckeln Warum, weiß ich nicht Und der Wista habe ich leider noch nicht herausgefunden Wie ich das ändern kann Ähm, und der Windows XP Ist es so, dass es glaube ich geholfen hat Die Hardware-Beschleunigung etwas runterzuschrauben So, wenn wir wieder rauskommen Also, Keils Apartment-Schlüssel Einmal ab und untersuchen Nichts weiter da, okay Glückwunsch, Sie haben neuen Sneak von Konso Den einzigartigen MK400 erworben Dank der neuesten Molekularen Die Montagetechnologie können Sie mit dem MK400 Bis zu 18 verschiedene Objekte transportieren Wenn Sie mehr als 18 Objekte besitzen Können Sie mit Ihrem virtuellen Schließfach Multiplaner Objekte zwischen Ihrem Schließfach und Ihrem Sneak austauschen Dank seinem exklusiven Speichersystem speichert Ihr Sneak sämtliche Informationen, die Sie bekommen Bitte beachten Sie, aus Sicherheitsgründen können Objekte, in denen Was? Liefertechnologie-Anwendungen findet Zum Beispiel Waffenmunitionen nicht von einem Sneak in einen anderen übertragen werden Jo, nee, ist klar Sneak wieder schließen Wie gesagt, das Spiel ist damals, glaube ich, als erstes für den Dreamcast erschienen David Bowie hat hier für sieben Titel geschrieben Okay, wo bin ich jetzt? Diese Passage ist anscheinend der einzige Ausweg David Bowie hat hier für sieben Musiktitel geschrieben Die CD ist auch rausgekommen, hieß damals Aua Sehr gute Begleitmusik David Bowie selbst taucht auch des Öfteren in dem Spiel auf In bestimmten Bars, die man besuchen kann Es ist schon so eine Art Open World Spiel So wirklich sterben kann man hier nicht Man kann sogar später, das werdet ihr sehen, wie ich für dieses Spiel entscheidet, als erstes in mehrere Personen schlüpfen Sprich, wenn man einmal den Polizisten hier verlässt Dann wird man den noch nicht zurückkehren können Wie gesagt, Beat'em up ist hier auch mit bei Da hat er sogar ein eigenes Trainingszentrum Um seine Möglichkeiten des Kampfes zu verbessern Also à la tech Ich kann einen Gegenstand aufnehmen, indem ich Aktion drücke, sobald ich den Gegenstand in der Hand halte Das ist klar, das wissen wir alles So, aufnehmen Drei magische Ringe, das sind die Speicherringe Und wenn wir jetzt hier weiter gehen, so, dann müsste sich gleich die Stadt eröffnen Oder der erste Stadtteil Laufen kann man auch übrigens, Taste gedrückt halten, aber auch nur noch zu lenken Wie gesagt, ich spiele das Spiel mit dem Gamepad Die meiste Zeit, bis auf nachher die Shooter-Szenen Da werde ich natürlich auf Maus und Tastatur zurückgreifen Das Spiel, finde ich, ist sehr komplex und wie gesagt, für die damalige Zeit sehr innovativ gewesen Leider hat es anscheinend bei uns in Europa nicht so viel Anklang gefunden Und jetzt werde ich gleich mal, wie gesagt, wieder meine Klappe halten Und dann werden wir das Intro oder die Einführung genießen Und dann werden wir das Video haben Untertitelung des ZDF, 2020 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 oh, ok und da hängt was ja, wäre eine Futterloge, das bedeutet also gleich das erste Rätsel hier ist die Küche, was haben wir da alles Pyridogram, ja Clubsbier, auch ok, nehmen wir mit Eversum genau, und hier sind die Speicherpunkte und natürlich Speichern hier sehen wir Ratschläge kein Ratschlag wirklich, ist klar ich glaube das verbraucht Ringe haben wir jetzt sowieso nicht im Moment noch Omicron News die sollte man ab und zu mal einstecken mancher findet da mal eine Information über versteckte Orte hat er gespeichert ok ah, FUTI FUTI, ja, FUTI FUTA ah, ich steuere mal zu ok ich dachte schon, ich seh dich nie wieder wo warst du? ich habe seit Tagen nichts von dir gehört so, wie gesagt, auch hier Multiple Choice da steht hier, ich weiß nicht, ich erinnere mich nicht ich bin nicht Gil, ich bin in seinem Körper aber ich komme aus einer anderen Dimension nee, ist klar du würdest mir nicht glauben aber das gibt es da eine andere Frau? natürlich nicht erzählen wir etwas über Umstände meines Verschwindens vor vier Tagen bist du nicht nach Hause gekommen und ich rief bei dir im Büro in der Sicherheitszentrale an dort hieß es du und dein Partner Dan wird bei einer Untersuchung und sie hätten nichts von euch gehört mehr konnten sie mir nicht sagen was geschah dann? ah, hua so du bist Agent bei der Polizei von Omicron du hast mit deinem Partner Dan an einigen Fällen gearbeitet vielleicht vielleicht weißt Dan etwas über mein Verschwinden weißt du an welchem Fall ich gearbeitet habe bevor ich verschwand ja, nehmen wir das ich weiß nichts über deine Fälle du hast mir nie von deiner Arbeit erzählt warum gehst du nicht in dein Büro in der Sicherheitszentrale sie suchen wahrscheinlich nach dir du hast recht, ich gehe ins... gehe in mein Büro ok ich bin so froh, dass du wieder da bist ja, ich auch und nun? ok, mal sehen wie... was ist das? ah, die Waffe gut so, wir werden einfach mal hinterher gehen oder auch noch nicht was haben wir hier? ach, hier ist der Trainingsraum was ich euch erzählt habe komm runter und... wait hallo Agent Kale wählen Sie Ihren Schwierigkeiten sind Sie bereit? der Kampf beginnt gleich ok ok und das ist wie gesagt das beat'em up Schwierigkeits 1 ich weiß nämlich noch nicht wie die Tastenbelegung hier funktioniert boah nicht mehr wow wozu sea die Tastenbelegung die Tastenbelegung jetzt ganz weit und ich weiß gar nicht mehr die Tastenbelegung hier ist mehr Jo, ok. Was hier aber passiert, hier kann man besser werden. Umso mehr Kämpfe man ausführt. Am Mittel. Jo. Umso mehr Kämpfe man ausführt, umso besser wird man. Oh, jetzt fängt es an zurück. Das ist das, was ich meinte. Hier gibt es ab und zu mal ein kleines Problem. Jetzt kommen wir mehr raus. Ich glaube, ich verliere das ganze Teil. Scheiße. das war es ja nicht so schlimm wie jetzt geht es ums vorstellen und jetzt gehen wir mal hier wieder ganz schnell raus ok nee ist klar sie freut sich richtig nein wir gehen natürlich nicht raus mal sehen was passiert so und danach machen wir natürlich hier einen break und dann seid ihr dran entscheidet euch danach einfach für Blade Runner von Pierre the Masquerade oder The Normal Soul ich habe schon auf dich erwartet hey bist du sicher dass dir nichts fehlt ein Albtraum das war nur ein Albtraum ich sollte meine Zeit nicht hier vergolden sondern lieber zur sicherheitszentrale gehen und herausfinden was mit Kyle passiert ist das werden sie sicherlich auch tun wie gesagt an der Stelle ein Break entscheidet und dann hoffe ich bis bald euer Rasiel